Ja und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Mad Max. Zuletzt sind wir stehen geblieben, da wurden wir hier irgendwie zusammengeflickt von da hinten. Da hat uns ja tatsächlich der Typ die Alde geklaut, sozusagen, regelrecht. Aber nichtsdestotrotz, die werden wir uns jetzt wiederholen und den Typen sowas zusammenfalten, wie es nun geht. Aber vorher machen wir einen kleinen Abstecher hier nach. Hier war noch irgendwas zu finden. Not. Es ist jetzt nicht so, dass wir das, obwohl halt, weil wir das war noch in diesen, ach ja, genau, in diesen komischen Gang. Ne, da habe ich jetzt doch genau das. Ne, gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Ne, danach muss ich leben. Gerade am überlegen, wo lang. Okay, äh, wo ist die überhaupt hier jetzt? Hat er sie jetzt irgendwo hingeschleppt? Eigentlich ja nicht, oder? Äh, steht, hier steht auch nirgendwo mehr Hauptmission. Hab ich irgendwas verpasst? Eigentlich nicht. Na gut, gehen wir erstmal nach oben. Vielleicht können wir nix das kaputte Auto mitnehmen. Was sozusagen jetzt an uns gehört. Also der V8-Motor regelrecht, ne? Mal gucken. Oder wir scheißen den komischen Typen an, für den wir die Lichterkette geholt haben. Oh, das ist ein Magnum Opus. Oh, sie ist gut. Gut und sicher. Aber das Stank kommt. Er hat den großen Chef. Die Frau. Ja, die Frau. Die Frau sagt, dass sie eine Konkubin. Sie wird wissen. Sie wird wissen, wo sie ist. Sie lebt hier unten. Okay, ein Moment. Da ist er. Ja, er hat den neuen Ödland-Mission für dich. Okay, warte mal, warte mal. Da haben wir einer. Da haben wir. Ups. Das war weit raus. Das ist auch nur so eine Ödland-Mission. Der hat eine Ödland-Mission. Ein Schuss ins Blaue. Okay, dann gehen wir erstmal hier hoch. Eigentlich sollte man dichter am Falten. Ich habe das auch schon mal, aber das muss ich auch mal schmerzen. Was sagen Sie, dass Sie mir ein bisschen mehr helfen? Nicht Ihr Arran-Boi. Ich werde es für einen Zeitraum verbrauchen. Also, Sie wissen, dass Crowdazzle ein Rennen wie ich mache. Sie hat ein System der Sound-System, der mir selbst befindet. Und ich will es für mich. Ah ja, okay. Okay, also wenn wir nur die Lautsprecher drauf haben. Können wir machen, können wir machen. Den Lautsprecher will er nur am Auto haben. Natürlich machen wir eine Schnellreise, was soll denn sonst? So. Dieses Ziel ist nur nachts. Was soll denn das denn? Immer nur nachts. Ich habe doch keine Lust für stundenlang zu warten. Tag, nächsten. Ach, Menno. Was soll das denn? So, da ist Hope. Ah, hat es doch geschafft. Wenn sie wissen, wer du bist, was du für Stentgum gemacht hast. Es gibt mehr für dich draußen. Okay. Hope und Gloria haben eine Zufluchtstätte entdeckt. Eine Metallluke, die im Sand vergraben liegt. Suche nach der Luke. Die Wertsachen enthalten können. Okay. Schalte die verbesserte... Äh, was? Zoomung. Anhebung frei. Okay. 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 Nehmen wir das Ziel. Wieder so eine Kack... Wie? Nee, nee. Die ist ja nicht im Dunkeln zu erreichen. Das heißt, die können wir ja so erreichen. Nur die andere muss halt im Dunkeln sein. Aber ist nicht so schlimm. Muss ich eben halt nochmal warten. Ach ja, ihr hört schon um den Husten. Ich weiß, ich weiß. Husten ist schlimm, aber es weiß. Oh, das waren gerade überfahrene Ratten. So. Nur so nebenbei. Wir haben es jetzt 22,45. Also 22,45. Das heißt, es ist nicht zu spät, nicht zu dunkel, wenn ich aufnehme. Also, für meine normalen Verhältnisse. So, wir müssen eh da rein. Na, auf die Straße. Das war's wert. So, jetzt nehmen wir noch einen Schrapp mit. Oh, Benzin brauchen wir? Nee, wir brauchen gar kein Benzin. Wenn wir schon immer hier sein, können wir ja mal auf dem Putzhaus ungefähr. So. Soll ich Querfeld einfahren? Mal überlegen. Ja, wir fahren auf der Straße weiter. Genau. Innenansicht. So, gleich müssen wir abnehmen. Quick! Ch- Komm, wir fahren jetzt gleich hier. Guck mal, sehen wir noch hier was in der Ferne? Eigentlich nicht, oder? Okay. So, dann können wir einfach mal schneller vorankommen. So, hat sie noch mehr zu sagen? Habt ihr über eine Hatch in der Seine gesprochen? Das könnte etwas über sie führen. Eine Hatch? Oh, meine Glückwunsch, wie werden wir so kleine Dinge finden in dieser Seine von Sand? Wir, wir, ich spiele es. Ah, Salvation, wir haben es gefunden. Du wartest da. Mal gucken. So ein ehemaliger Bunker, hä? Ach, ein Bus. Okay. Ach, ein Zug. Ja, schön, Vorsicht. Okay, eine alte U-Bahn-Station. Okay. Alles blöde, was nur geht. Ganz einfach. Okay, hier ist auch sonst nix mehr. Nur noch da drin. Achso, das ist der Locus. Ne, da ist nix mehr. Ups. Na los, komm, hoch da. Hier ist nochmal schön Schrott. Na, hier sieht man aber nix. Ne Kurbelwelle? Ah, ein Hunchback kann probably fix it up. Okay. Noch ein, noch ein Tipp, den er sich ausgezahlt hat. Dieser Ort könnte wirklich eine Zufruchtstätte für die Bedürftigen werden. Aber ich muss weiter. Ja. Ja, ist der einzigste Eingang hier. Also... Ist schon ganz okay. Ich glaube, wir bleiben mal ein bisschen hier unten. Jetzt haben wir gerade einen Sandsturm da oben. Das gefällt mir. Was? Räder? Räder? Ah, da habe ich jetzt echt wenig Lust. Auf den verkackten Sandsturm. Können wir irgendwie schnell reißen? Ich glaube, im Sturm können wir gar nicht schnell reißen, oder? Doch, das geht. Es geht. Ja, sehr gut. Ausgetrickst, den Sandsturm. Ist okay. So, kann er... Oh, die ist gar nicht da. Wo ist who? Okay. Oh. Sind das... Alles totkappen? Ach, du heiliger Scheiße. Alles kappe. Ja, okay. Gut, okay. In der Nacht wieder... Ach, das ist so doof, die Mission dahinten. Oh, Menno. Ja, machen wir jetzt erstmal die Ventile. Weil ich habe echt keine Lust, wieder die Aufnahme zu unterbrechen. Stückenlang warten, bis es schon... ...dunkel wird. Ey, das... Das muss ich beobachten. Wenn jetzt die Sonne untergeht, das wäre ideal. Dann... ...ja... ...dann... ...machen wir ja noch das Ding. Das wäre jetzt super, also wenn es jetzt dunkel wird. Ich hoffe, es wird jetzt so ein König, das denn... ...das wäre mal sehr nett, wenn es dunkel wird. Komm her! Ja! So! Eins... Bist du? Lack nach. Eure auch. Nächster! Desch, du meinst Stein nicht! Danke. Nächster! so gut so alles was jetzt hier ist kriegt man auf die fresse da ist doch noch einer oder so mache ich das jetzt ganz einfach schnell trinken gluck 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 geben ein bischchen aggression loswerden okay dann das nächste da oben natürlich wenn wir schon einmal sind versuche ich natürlich den ganzen schrott hier einzusammeln ach guck mal hier wäre jetzt was gewesen okay munition okay das heißt wir müssen irgendwo leite hoch gehen oder ah das schrott der letzte okay auf zum nächsten so mal gucken es wird dunkel das heißt sonne geht unter ich mache so das eine und dann fahr ich ab da nach hinten hin dann fahren wir dahin in stadt schnell zu reisen so in der fern was denn willst du stress machen kleiner so wie kann man hier oben da facken die großen krabunnen damit gehen wir auf der brühe zurück halt können wir hier auch noch irgendwas Ah, Schrott. Ah, das für ein Ventil. Wir machen das mal. Kommen wir hier runter. So. Kommt auch hoch für uns. Kommt hoch für uns. Ah, steigt aus. Stirb einfach. So, Jungs. Ja, so geht das, Arschloch. Ah, was holen wir, du willst. Gucken, ob hier oben auch was... Nein, nix gut. Danke fürs Messer. Ja, lauft ruhig weg. So. Hast es nicht anders verdient, zu sterben. So, zack, hier nochmal schnell. Eins, zwei, zwei Schrottteilen. Ja, essen wir nochmal schnell. Ach, was soll der Geiz? Rein damit. So viel gegessen haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Als im ganzen anderen Spiel, so ungefähr. Ach, Munition. Ja, nehmen wir auch nochmal mit. So, fertig. Ah, noch nicht runterfallen. Na. Die Autotaste steht jetzt. Stehende ist jetzt mir... Oh, völlig egal. Aber... Wir werden jetzt losfahren. Ich glaube nicht, dass das schon dunkel genug ist. Aber wir haben ja einen kleinen Weg zu fahren. Den nehmen wir mit. Oh, wow. Na gut, Schrotflimmpatrone, warum nicht? Warum nicht? Ist auch okay. Ich dachte, das wäre jetzt gerade ein Schrott. So. Ja, ich glaube, es ist noch nicht dunkel genug. Ach komm, helfen wir denen mal. Ja, ich helfe dir beim Buddel. Don't kill me, Killer. Just want to give her a kudos to the speediest wagon I done seen. You beat lightning. Me? I'm gonna use a scrap to construct something as fast one day. Like you. Meinen Buddeln helfen, oder was? Oh, 50 Schrott. Okay, cool. Nehmen wir gerne an. Halt, halt, halt hier mal um die Straße rum. So. Okay. Ah, die Sonne steht noch viel zu hoch. Gucken wir mal. Da hinten ist, haben wir jetzt dauerhaft noch. Ach, naja. Was soll's. So schwierig, gegen die Sonne zu fahren, so teilweise. Aber es geht noch. So, wir sind auch schon fast, glaube ich, am Ziel. Ach so, ich dachte, er kommt zu mir. Ich hab schon extra die Granaten ausgepackt. Oh, mit diesen Granaten ist ja echt easy die Dinger platz zu machen. So, ich glaub, noch einen Berg hier oben, das war's schon. Ja, das ist die ganze Nacht. Ja, schon sind wir da. Mal gucken, ob wir jetzt los anfangen können. Oh, das ist so süß. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ich hab's nur hier in der Nacht. Sie ist jetzt raus, die Barrens, jetzt. Ich hab's zurück. Ich hab's gesagt. Gah! Warte, warte, warte! Ja, keine Mütter, gut. Wegen einem Messer stelle ich jetzt nicht aus. Das haben wir ja noch. Das ist jetzt dunkel genug. Ja, warte, dann fahren wir noch mal ein Stück zurück. Weil es jetzt gerade so einen Tick dunkel genug ist. Damit sich das wieder laden kann. So, es müsste jetzt lange genug gewesen sein. Oder weit. Wir müssen jetzt weit genug weg sein, damit es sich wieder laden kann. Hoffentlich. So, achso. Sollten wir aufmarkieren. Die ist hier, was nur in der Nacht zu verfolgt war. Also noch zu hell, ja? Ach, mein Mann. Ja, wie mach ich denn das jetzt am besten? Hätte ich ja noch ein paar Ventile machen können. Aber jetzt wieder zurückfahren wäre auch Quatsch. Drei Schrott, ein Schrott, zwei Schrott. Ja, Schrottteile jetzt haben wir jetzt auch Quatsch. Hm. Ich glaube, ja. Ich werde dann wieder Aufnahmestopp machen. Wir sehen uns dann wieder. Wenn es heißt, wir können die Mission machen, ja? Also, bis dahin, euch noch einen schönen Abend.